Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge CSGO. Ich würde sagen wir gehen direkt in eine Runde rein. Aktive Dienstgruppe und los. Freut mich dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt wollen wir mal sehen ob ich es noch kann. Weil ich habe eine Weile lange nicht mehr gespielt. Und ja. Come on. Lass es schneller. Mach mal an. Was ist denn los jetzt? Geht es noch? Was ist denn für eine Map? Gehen wir mal Anti. Ja. Let's go. Ich frage mich ja wo der hingeschossen hat. Oh Scheisse. Was war drauf? Egal ist es. Die Aufwärmfaser. Geht ja noch nicht los. Nein. Was war das? Nein. Was war das? Nein. Wollte den noch killen. Mh. 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 Das die ich mir nicht... Oh. 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 Komm. Hm. Können wir mal hier lang. Musik Ja Leute, wartet mal hier So Warten wir es nicht noch nachher So Musik 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 So So, muss das laufen Ähm, holen wir uns direkt mal die Dankeschön Fürs Flashen Was ist denn? Ah, Tatsache Ist ja auch ein Teammitglied So Nein Nein, das war so doof, Mann Ja, noch 46 Kf Und Schauen wir mal Bei Dem Zug So Jetzt spielt es auch keine Rolle mehr Hm Hm, können wir uns mal die Ja, ist eigentlich ganz süß So So And Okay Dann Zitzen So, was ist die Blows? Oh, die Blows sind die Blows. Nein! Ach, da war er. Mann! Aber die haben wir gewonnen. Die Runde haben wir gewonnen. So, reicht leider nicht ganz. Wollen wir uns mal die. Komm. Oh. Das war irgendwie auch ein bisschen doof von mir, ne? Bin ich schon schlechtester? Nein, immer noch zweitbesser. Das ist doch gut. So. Ah, ja komm. Komm mal bei dem zu. Geh lehn! Krett Train. Auf! 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 So. Boa, aber dem lächst ja mal richtig. So, schauen wir mal bei dem zu. 1 versus 1. Okay. Der bewegt sofort. Oh, ne. Der blendet jetzt dann. Super. Ich habe jetzt geplant, jede Woche ein Video zu bringen. Mindestens eins. Ab und zu auch mal eins mehr. Günstige Waffe, so. Ähm. Und dann so auch mit ein bisschen aktiver zu sein. Gut. Gut. Style. Aber der hier braucht ein bisschen. Ein bisschen helfen. Nice. Gumm. Gumm. Komm hol man der abgesperten. Gumm. Du du. Okay. Wollt ihr nicht das? Wollt ihr das singt? Aber ein wenig OULD du mal Oh, ich denke, die Blu-Russ. Sogar bester Spieler, ansonsten weiss ich mal nicht schlecht, diese Runde läuft auf jeden Fall. So. Jetzt kommt mir aber das Mikrofon ein bisschen nahe. So. Ui. Das ist ein bisschen zu sehen. Oh, wie kommen wir jetzt da hin? Im Moment läuft es eigentlich ganz gut bei uns, jetzt müsste ich nur noch ein Geek nochmal wiedersehen. Oh, scheiße. Nein, das war jetzt doof. Egal. Im Moment habe ich auch Ferien, das heisst ich habe viel Zeit, also ich kann viele Videos produzieren. Das ist eigentlich eine ganz neuse Sache. So. Bei wem schauen wir dann da mal zu. Benni, komm da. KELIN! Da, habt ihr ihn gesehen. Genau da hinten. Genau hinten muss ich sagen. Genau. Oh, Junge. Das ist ein Team, ich glaube. Ja. Das steht hier, schöner FK im Spawn. Ich bin jetzt gleich tot. So. Diese Runde haben wir locker gewonnen. Sehr locker sogar. Nice. So. Liebe Leute, dann würde ich sagen, war es das für die erste Folge CSGO. Und ja. Ich hoffe, wir sehen uns einander mal. Falls ihr euch gefallen habt, lasst doch gerne ein Like da und teilt das Video. Tschüss.